Ich habe von euch auf Instagram die Rückmeldung bekommen, dass ihr euch mehr konkrete Produktempfehlungen von mir wünschen würdet. Und aus diesem Grund mache ich heute ein Video mit zwei Empfehlungen für Tagescremes bei Rosazea und der sensiblen Haut oder auch der trockenen Fetthaut. Bevor es losgeht mit den Empfehlungen, nochmal mein kleiner Aufruf. Wenn euch meine Videos gefallen, dann zeigt es mir doch gerne durch einen Daumen hoch. Und natürlich würde ich mich auch über weitere Abonnenten und Abonnentinnen für meinen Kanal hier freuen. Jetzt geht es aber los mit den Empfehlungen. Und zwar, mein erster Produkt-Tipp ist gleichzeitig ein aufgebraucht Produkt. Das ist die, jetzt muss ich kurz auf meinen Zettel gucken, Isana Young Antibakterielle Feuchtigkeitscreme für fettige und unreine Haut. 24 Stunden Feuchtigkeit mit Salicylsäure und Zink. Ich habe mir das hier aufgeschrieben, weil ich die bisher immer verwendet habe und wirklich sehr gut vertragen habe. Vor allem jetzt im Sommer, wo man eben noch weniger Pflege benötigt als sonst. Die Creme gibt es bei Rossmann. Genau, das ist eine Eigenmarke von Rossmann. Und ja, ich wollte sie jetzt nachkaufen. Und siehe da, sie stand nicht mehr im Regal. Ich weiß jetzt nicht, ob Rossmann sie aus dem Sortiment genommen hat. Im Online-Shop konnte ich sie nämlich jetzt auch nicht mehr finden. Wenn ihr sie noch irgendwie findet, dann gebt mir gerne Bescheid. Dann kaufe ich sie mir nämlich auch wieder nach. Ja, also die Creme konnte ich jetzt erstmal nicht nachkaufen. Ich brauchte aber auch dringend eine Tagescreme. Und deswegen habe ich mich eben mal umgeschaut, was es denn noch so anderes gibt an Tagescremes. Und ich habe mich dann entschieden für Seba-Med-Creme bei fettiger und unreiner Haut. Warum habe ich mich jetzt in der Drogerie für dieses Produkt entschieden? Also bei mir ist es mittlerweile so, ich bin einfach mittlerweile aufgrund meiner eigenen Hautgeschichte zu so einer halben Kosmetikerin geworden. Also weiß einfach mittlerweile sehr viel über Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten. Und deswegen ist es so, dass ich gar nicht so sehr auf diese ganzen Versprechungen und Werbetexte schaue, die natürlich auch auf diesen Verpackungen stehen, sondern ich gucke einzig und allein auf die Inhaltsstoffe. Denn die geben ganz gut Auskunft darüber, naja, was in dem Produkt natürlich drin ist und dann eben auch, ob es mir potenziell gut tun würde mit meiner Rosazea-Haut, die ich zwar sehr gut im Griff habe, also man sieht es eigentlich quasi kaum, aber bei der ich trotzdem aufpassen muss, die sensibel ist. Was hat mich jetzt an dem Produkt begeistert? Es gibt eigentlich keine kritischen Inhaltsstoffe. Also da ist kein Scheiß drin, hätte ich jetzt fast gesagt, wie Silikone, wie Parabene, wie 1000 Duftstoffe, wie zu viel Alkohol. Parfüm ist drin. Das war so das einzig Negative. Parfüm, aber nicht näher definiert, was eigentlich für eins. Und Kaffeine, also Koffein ist drin, wo ich mir denke, wofür? Also brauche ich nicht unbedingt. Aber abgesehen davon ist drin Wasser und dann gleich an zweiter Stelle Aloe Vera Saft. Und das ist ein ganz toller Feuchtigkeitsfaktor für die sensible Haut. Und vor allem, dass er an zweiter Stelle steht, dieser Aloe Vera Saft, das hat mich sehr beeindruckt, weil das zeigt ja, dass dementsprechend viel von diesem Inhaltsstoff da drin ist. Dann, was ist noch drin? Panthenol wirkt beruhigend. Niacinamide, das ist ein ganz toller Inhaltsstoff, der bei Rosazia eben auch beruhigend wirkt. Hyatleronsäure ist auch ein ganz toller Feuchtigkeitsfaktor, der kann viel Feuchtigkeit eben einspeichern. Zink ist drin, wirkt ebenfalls beruhigend. Biotin, Allantoin wirkt auch beides beruhigend. Ah, und steht sogar auf der Verpackung, hat einen pH-Wert von 5,5. Zum richtigen pH-Wert bei der Hautpflege habe ich auch ein eigenes Video gemacht, das ich euch nochmal verlinke. Die werde ich jetzt mal für euch testen und berichte euch dann auch gerne, wie so die Effekte waren. Ich habe sie bisher zweimal verwendet und sehr gut vertragen. Also man hat gleich gemerkt, dass es eine sehr leichte Textur ist und eine sehr wässrige Textur. Ich habe jetzt im Beipackzettel davon gelesen, dass es auch ein entsprechendes Gel gibt. Also dann ein Produkt aus dieser Linie, das nochmal wässriger ist, nochmal leichter als eben eine Creme. Allerdings hat auch dieses Produkt bei mir überhaupt nicht gefettet. Also das stimmt, was da drauf steht. Und ist sehr schnell eingezogen. wie gesagt, wenn es mir gut bekommt, dieses Produkt, muss es nicht heißen, dass es bei euch auch so ist. Aber deswegen gehe ich eben wirklich nach den Inhaltsstoffen bei den Produkten, weil die am meisten Hinweise darauf geben, ob dieses Produkt bei Rosazea Haut oder sensibler Haut im Allgemeinen gut vertragen wird oder nicht. Das waren für heute meine beiden Produktempfehlungen. Schreibt mir gerne in die Kommentare oder auf Facebook, auf Instagram bin ich auch mittlerweile, welche konkreten Themen euch noch rund um die Rosazea interessieren und dann gibt es vielleicht genau zu dem Thema demnächst ein Video hier auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Rosazea Akute. Bis zum nächsten Mal.